So heißt es in einer authentischen Überlieferung bei al-Bukhari von Ibn Abi Muleyka. Er sagte, ich traf 30 der Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und ein jeder von ihnen fürchtete die Heuchelei bei sich selbst. Niemand von ihnen behauptete, dass er ein Iman hat wie Jibril, den Engel oder Mikail. Warum haben sie Angst gehabt vor diesem Nifak? Diese Heuchelei ist das Gefährlichste, was uns treffen kann. Allah azza wa jall beschreibt die Heuchler wahrlich, die Heuchler sind am tiefsten Grund des Höllenfeuers. Und ihr werdet euch wundern, der Zustand der Heuchler ist noch schlimmer als der Zustand der Kuffar. Und das ist der Beweis, denn diese sind am untersten, untersten Grund des Höllenfeuers.